Jesus kam nicht einfach so und hat gesagt, hier glaubt mal an mich, damit ihr das ewige Leben bekommt. Nee, sondern Jahrhunderte, Jahrtausende vorher. In diesem Buch hier, über 1500 Jahre entstanden, von der ersten bis zur letzten Seite. 66 Bücher, 40 Schreiber auf 1500 Jahre verteilt, drei Sprachen und eine Botschaft, damit erfüllt würde, was von mir geschrieben steht.